ja hallo leute heute wollte ich euch wieder ein moped vorstellen diesmal keine herkules sondern eine simson s 51 enduro von meinem kumpel andy die ist baujahr 1990 und wurde in 2020 von dem teil restauriert die hat vier gänge eine 60 km h zulassung was sie sehr flott macht fährt auch sehr gut bin da auch schon mit gefahren hat schöne details wie zum beispiel ihren geschlossenen kettenkasten vorder und hinterrad kann man untereinander austauschen die hat 3,7 ps und hat im rahmen der restaurierung auch einen neuen tacho bekommen wo jetzt knapp 800 kilometer draufstehen 793 insgesamt hat die gut 33.000 gelaufen ein drehzahlmesser hat der andy auch nachgerüstet ein schönes sind so ein lenkerpolster kann man sich in witten anfertigen lassen ja dann werde ich sie mal ankicken dass ihr seht dass das gute stück auch läuft ein stück Ja, soviel zum Thema Simson. Die haben auch schöne Mopeds gebaut. Macht's gut, bis dann.